Hier! Ah! Liebste, sehnlich vermisste Caroline, du fehlst mir unendlich, Liebste. Du fehlst mir jeden einzelnen Tag. Ist da jemand, der sich hier auskennt? Mama hat gesagt, wir sollen ihn bei euch drüben im Vorderhaus empfangen. Aber drüben riecht doch alles nach meinem Mann. Herr Schiller! Wir haben nicht viel mehr, wie er selbst macht. Er, Paramount, Palermo and Russuno. Ist das dein Grand Poet? Ist das dein Code? Sagen Sie, Schiller, wann bekommen wir denn eine Aufklärung darüber, was zwei Schrägstriche, was ein Dreieck bedeuten? Ich glaube, dass wir beide, Charlotte, sie und ich, noch zu Lebzeiten einer anderen Welt erleben werden. Ich liebe Sie beide. Caroline. Charlotte. Oh mein Gott, sie ertrinken! Aber du darfst nicht deine Mariage in danger setzen, oder? Könnt ihr denn schwimmen? Nein! Was ist meine Frau? Ihre Frau schläft. So glücklich ist das Paar wie Sie beide. Das sieht man selten. Wer ist denn das Obers? Der Mann hat mir einen Schwur alles goldgeteilt. Er gehört doch zu mir. Es ist ihre Dreisamkeit, die Schiller stets wiedergesucht hat. Und der Mann hat mir einen Schwurz zu berichten. Und der Mann hat mir einen schutzherne Schein, Wir sind aus dem Land r veure. Sie sind in der Herr Schiller-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich.